Ich zeige euch jetzt Dinge, die in den USA anders sind als in Deutschland. Und wir starten mit der Toilette. Es steht nämlich immer viel mehr Wasser drin und das Loch ist viel kleiner. Außerdem gibt es dort keine Toilettenbürsten. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Bei öffentlichen Toiletten ist in der Mitte einfach ein Spalt drin. Und der letzte Unterschied ist, dass man in Amerika immer noch tags drauf rechnet.